Jo Leute was geht ab zu einem neuen Video Brawl Stars und wie ihr hier seht ich habe mehrmals schon gespielt habe alle Brawler und ich würde mich freuen über ein Abo Glocke aktivieren und einen Daumen hoch und dann geht es jetzt auch schon los mit dem Video die erste Runde fangen wir an mit du Schaudern mit Leon und ich hoffe zumindestens mal wir haben eine gute Partnerin oder ein Partner ist mehr rosa geworden ist jetzt nicht so gut aber wenigstens Hauptsache was Jo was ist mit dem Bull hier nennen Jo er rennt einfach direkt hierher warum nicht Kneipenschlägerin Kneipenschlägerin ach komm die Kneipenschlägerin kommt einfach von unten ja wie schon erwähnt ich hoffe ihr abonniert und dann kommt auch noch mehr jeden Tag um 13 Uhr mache ich ein neues Video hoch heute ist es vielleicht 20 Minuten zu spät aber egal ähm ja Kneipenschlägerin hat elf cubes das war es auch mal wieder komplett sie haben mich komplett weggerockt ich hoffe mal es ist eine gute Qualität dass es wenn wenn ich irgendwas verändern soll ihr müsst mir in die Kommentare schreiben was dass ich es verändern kann dass es besser für euch machen kann und ja das läuft jetzt auch nicht mehr so gut es hat gerade gar nicht gut gelaufen mit dieser rosa und ja 20 von den dann laden wir einfach jetzt mal ne znafzockt ein und wenn ihr wollt dass ich ähm ein Opening machen soll dann schreibt es in die Kommentare dann machen wir mehrmals ein Opening Ungefähr um die vierten Wert von 220 Euro und ja Let's go Ich schreibe es euch lieber hin dass ich ein Video mache und ja und ja er hat auf jeden Fall Poco genommen ich hoffe er kann gut mit Poco spielen wenn wir mal andere Sachen machen sollen also zum Beispiel ich und mein Freund dann schreibt es ruhig in die Kommentare wir tun alles was wir können für euch und aber dann müsst ihr aber auch abonnieren wenn ihr das wollt dass wir das machen und dann ja morgen kommt ein Video auch nochmal hoch um 13 Uhr mit einem Freund dann könnt ihr auch ja und das das war jetzt nicht so gut von mir gerade und ich hoffe und ich hoffe von abzockt ey überlebt es aber ich denke er überlebt ach komm ach egal Hauptsache wir haben ein paar Minuten überlebt und ja am Samstag kommt sogar ein Video ne am Samstag und Sonntag kommt ein Video und am Samstag Entschuldigung dass ich nicht mehr geredet habe ähm am Samstag und Sonntag kommt ein Video um 12 Uhr und ja dann spielen wir einfach nur mit ihm nochmal mit Spike und er hat Barley genommen ich hoffe es gefällt euch dieser Kanal und wenn ihr ich mach ich mach das weiter so und bald kommt noch ein Merch raus ich mach noch ein Merch vom scheiß Boxer falls ihr noch nicht wisst wer scheiß Boxer ist das ist El Primo wir nennen ihn halt nicht mehr El Primo sondern wir nennen ihn scheiß Boxer also zumindestens ich und mein Freund und ja wenn ihr mögt könnt ihr den auch so nennen und ja ja das war jetzt nicht so gut aber ich hoffe ja ok es war gut aber er hätte es nicht für den Schwung gereiht dass er es überlebt hat aber wie will es man machen und ja ich hoffe dass es euch gefällt und ja dann gehen wir jetzt mal mit einer Belagerung beginnen wir mal mit einer Belagerung dann nehme ich Mortis ich mach noch bald einen 2. Account auf und ja ja das war das war jetzt nicht das beste von mir aber trotzdem ich habe alles gegeben dass ich die Schraube bekommen habe und ich würde mich freuen dass wir das gewinnen heute es sieht gerade noch gut für uns aus sogar sehr gut boah diese Bugs hasse ich wenn man mit Mortis gegen die Wand die ganze Zeit schlägt das nervt richtig und ja ich hoffe mal auf nachzockt kommt auch wieder rein weil da steht gerade nur auf krumm und ja ja da haben wir ein bisschen Schrauben schon gemacht mit der Belagerung und ja und ja Und das läuft gerade doch nicht so gut, wie ich gedacht habe, dass es so gut läuft. Und ja, ich hoffe, wir schaffen es gegen diese Belagerung von den Gegnern. Und das ist eigentlich so toll. Ja, ich hoffe, FNAF zockt. Er kommt wieder. Ja, er ist wieder da. Gut. Das war jetzt nicht so gut, aber Entschuldigung, dass ich die Aufnahme kurz stoppen musste, aber meine kleinere Schwester ist gerade gekommen. Ich wollte nicht, dass sie dabei ist. Und ja. Was schreibt denn der jetzt? Okay, anscheinend spackt es bei ihm. Und let's go. Eine Runde mit Felix Crow. Und dann. Ja. Ich konnte es leider nicht absinnen, aber es sei jetzt voll da. Also, das ist die letzte Runde und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und gebt einen Daumen hoch und abonniert und lasst und drückt neben Abonnieren die Glocke und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.